Und er zuckt noch der Markt und zwar in diesem Fall nach unten und zwar ziemlich deutlich. Das Ganze lässt sich ziemlich klar zuordnen zu einem Ereignis, nämlich heute Nachmittag gab es ein paar Zahlen und zwar ziemlich doofe Zahlen. Die Initial Dropless Claims, die waren ziemlich sicher nicht so ungefähr wie letzte Mal ausgefallen, aber ihr seht schon darunter der Fili-Fat-Index. Der ist mit 24,3 Minus deutlich schlechter ausgefallen, als die verbesserten Minus 7,4 nach Minus 8,9 erwarteten. Also insofern, also erwartet war dieses hier vorne Minus 4, nein 7,4 und zuvor war es noch fast Minus 9, also deutlich, deutlich schlechter. Das ist nicht wirklich gut und manch einer erinnert sich von euch, dass wir schon häufiger mal über genau dieses Thema gesprochen haben. Der Fili-Fat-Index erzählt als eine Art Früh-Früh-Indikatoren und wenn ihr jetzt sagt, jetzt verirrt er sich doch, das ist doch fundamental. Tatsächlich, das ist gar nicht meine Spezialität. Meine Spezialität ist das, was wir in den nächsten Minuten machen, nämlich drauf gucken, wie hat der Markt reagiert und was können wir daraus machen. Aber schon mal jetzt eine Ankündigung. Viele wissen, dass ich mit Dr. Jörg Rahn immer wieder im Gespräch bin. Er als multimillionär, milliardenschwerer Händler ist natürlich sehr viel aktiv im Bereich der Zyklik, der fundamentalen Analyse. Und mit ihm möchte ich morgen darüber sprechen, ob sich das Bild tatsächlich so negativ darstellt, ob das jetzt mal ein Ausreißer war, wie er die Situation sieht. Also seid schon mal vorbereitet. Morgen gibt es dazu einen entsprechenden Link und ihr werdet es natürlich auch im YouTube-Kanal bzw. auch auf Finanzmarktwelt.de euch anschauen können. Also freuen wir uns gemeinsam auf das, was er uns erzählt. In den nächsten vielen Stunden, ein bisschen dauert es noch, gibt es Informationen dazu. Jetzt allerdings gibt es schon Informationen zum Nasdaq Future zum Beispiel und den anderen Indizes, denn dort haben wir einen relativ deutlichen Rücksetzer. Eingeleitet war der vorher durchaus schon. Ihr seht das hoch hier, 16. Februar, also heute, aber nachts um vier. Da war noch nicht so viel los, da hing es noch ein bisschen, aber spätestens dann heute Nachmittag 14.30 Uhr, das war hier, hat der Markt gesagt, so jetzt haben wir endgültig die Faxen dicke. Der Kurs also hier auf dem Weg nach unten. So, das nur mal ganz kurz, nochmal Augentraining, die relativ starke Aufwärts, die relativ schwache Abwärtsbewegung, die Fortsetzung nochmal nach oben. Das Ganze allerdings jetzt vorläufig erstmal zumindest mal beendet mit dieser starken Abwärtsbewegung seit diesem Hoch. Und jetzt für uns, wie gehen wir denn da jetzt heute mit um? Worauf achte ich als Händler? Das hier nehme ich durchaus als eine aktuell zumindest mal sehr starke Bewegung wahr, die Hauptrichtung, die starke Richtung. Und wenn wir jetzt hier wackelig hochkommen, dann ist das auf jeden Fall etwas, was ich nochmals auf der Short-Seite mitnehmen würde, wenn er das Zwischentief triggert. Machen wir mal ein paar Beispiele dazu und machen wir das noch ein bisschen größer. Wir haben von mir aus sogar einen 5-Minuten-Chart. Für unsere Interdive-Fans ist das dann ein bisschen einkennriger. Die Abwärtsbewegung sehr stark, dass es hier noch flacher ist. Gut, hier war noch niemand so richtig fit. Dann ging das erst in Europa so richtig los und später dann da sehr stark nach unten. Aber ich denke, da machen wir uns nichts vor. Korrektiv im Sinne von Kursüberschneidung, das haben wir hier sicherlich nicht. Es sieht nach einer sehr schnellen, sehr starken Bewegungsrichtung aus. Deshalb wird es jetzt spannend sein, was wir hier als Gegenantwort bekommen. Messen wir mal schnell die Größe. Höchster Punkt war hier vorne. Na, dann musst du es auch einzeichnen, sonst sieht das doof aus. So, also, höchster Punkt, tiefster Punkt. Und wir wissen, in diese Zone sollte er idealerweise reingehen. Das Ganze dreiwellig oder korrektiv. Und da seht ihr schon, das hat doch schon so etwas dreiwelliges hier an dieser Stelle. Denn, wenn ich mir die Bewegung genauer angucke, ich gehe mal ein bisschen raus hier bewusst. Wir sind hier einmal hoch, wir sind einmal runter und wir sind nochmal hoch. Das ist eine dreiwellige Bewegung. Wie würdet ihr es sonst auffassen? Jetzt macht er den nochmal, das gibt es ja gar nicht. Also, wie würdet ihr es sonst auffassen? Also, aus meiner Sicht gibt es eigentlich nur ein dreiwelliges Bild. Und das Zwischentief, das ist dieses hier, wäre ein möglicher Trigger nochmal für die Abwärtsseite. Ein Punkt, den ich nicht ganz optimal finde, über den können wir natürlich trotzdem sprechen. Nämlich, ich mag es gerne, wenn die Zeiten ein bisschen ähnlich lang sind. Also, sprich, wenn die Abwärtsseite und die Aufwärtsseite, und da sind wir mit diesem Hoch natürlich sehr weit schneller. Also, das wäre die gleiche Geschwindigkeit der Bewegung. Jetzt dürfen wir aber eins nicht dazu nicht vergessen, mindestens Teile dessen sind noch Nachthandel gewesen. Also, wenn ich das mit dem europäischen Handel hier so gegen 9 Uhr mit auffasse, dann ist der Winkel schon mal schneller. Und wenn ich jetzt sage, ja gut, aber die Amerikaner, die sind ja auch nochmal später, dann werden wir einen vorbörslichen Handel, da geht man so 12 Uhr, 13, 30, irgendwie sowas in die Richtung, geht man davon aus und dann sind wir von dem Winkel schon fast genau da, wo wir ihn haben wollen. Also, das bedeutet, dass diese Korrektur, die wir hier haben, durchaus mit dem starken Teilstück hier übereinstimmt. Also, wie gesagt, nicht vergessen, hier ist Nachthandel gewesen, dass das natürlich hier zu einer Verlängerung der Bewegung hier führt. Das ist nachvollziehbar. Ab hier ist es dann zwar Europa, Handel schon, aber natürlich in Amerika noch Nacht. Also, insofern muss man das vielleicht ein bisschen lockerer nehmen. Viele von euch wissen, dass ich diesen Winkel immer so ganz gerne habe, dass das gleiche Geschwindigkeit ist. Für heute Nachmittag können wir das vielleicht anwenden. Ich aus meiner Sicht sehe allerdings, dass wir hier auf jeden Fall einen möglichen Trigger für die Short-Seite haben, wenn er denn bald dreht. Da können wir auch mal nachgucken, machen wir das mal spaßeshalber. Ich mache es doch durchaus mal von dem Hoch, denn immerhin war der Kurs dort und passt ja auch durchaus. Wenn ich jetzt mal vergleiche die erste Aufwärtsbewegung hier mit der hinteren, also da sind wir dann auch mehr oder weniger. Also im Moment haben wir eine ganz gute Drehchance hier. Vorsichtig! Also wieso haben wir dann eine Drehchance? Naja, weil Märkte gerne diese Symmetrie ungefähr widerspiegeln. Das ist leider nicht verlässlich, dass es immer so ist. Aber es ist für uns eine gewisse Orientierungshilfe, dass wir einfach sagen können, ja, sag mal, wenn ich es ungefähr wohin, ja, wohl ungefähr bis dahin, das würde so halbwegs passen. Und das würde auch mit unserer großen blauen Kiste hier passen. Also das wäre in Ordnung. Wenn jetzt hier der Dreh passiert, ich habe keine Ahnung, ob er passiert. Entscheiden muss ich mich aber ja eh erst hier, wenn er das letzte Zwischentief durchstößt. Und das ist beim Future, Nasdaq Future, Nasdaq 100 Future bei 12.536, ich habe es, glaube ich, knapp falsch abgelesen hier im Nachkommabereich. Also aber ungefähr auf dem Tief, was wir hatten um 16 Uhr. Guckt euch das selber mal an. Und das böt mir einen Short Trigger, um die Fortsetzung dieser Geschichte nochmal zu bekommen. Denn wir dürfen nicht vergessen, die Bewegung kam von unten. Und eine 1 zu 1 Projektion dieser Geschichte ist in so einem Fall gar nicht so untypisch. Also, wie gehen wir dann damit vor? Nehmen wir mal, es bleibt ungefähr in dieser engen kleinen blauen Kiste, dass der Kurs da in den Dreh reinkommt. Das ist unsere Triggermarke. Dann ist unser Risiko, zumindest mal wäre es eine sinnvolle Variante, dass man sagt, Stop setzt man auf das Hoch oder vielleicht auf die 78er dafür, das ist ein bisschen niedriger. Und das Gewinnziel liegt dann eben hier unten auf der 1 zu 1 Projektion. Und dann seht ihr einen der Vorteile dieser Trade-Varianten. Nicht, dass die immer stimmt. Viele wünschen sich das. Ja, aber das geht auch häufig mal falsch. Ja, das stimmt wohl absolut. Aber ich riskiere so viel und gewinne zweieinhalbmal so viel. Das heißt, selbst wenn die Trefferquote nur bei 30% läge, würde ich noch nicht Minus machen damit. Ja, weil ich eben so viel mehr auf der Gewinnseite habe für diese Idee. Also insofern finde ich das absolut lohnenswert. Eigentlich würde ich euch diesen Trade sehr, sehr gerne in schriftlicher Form auch nochmal zukommen lassen. Aber ihr kennt das, 5-Minuten-Charts. Das ist kurzzeitig, bis ich das geschrieben habe, bis ich euch das vorbereitet habe, ist die Bewegung rum. Deshalb vielleicht, wenn ihr das ganz schnell jetzt anguckt, könnt ihr euch für euch überlegen, ob ihr das in etwa so nachempfinden könnt. Keine Anregung zum selber handeln, aber zumindest mal zum nachempfinden, zum Üben, zum Ausprobieren. Wie auch immer ihr das entsprechend machen wollt. Das ist aber zumindest mal unser Trading-Szenario, was wir eben gerne haben, wo wir sagen, so machen wir das gerne in der Umsetzung. Wenn auch typischerweise nicht im 5-Minuten-Chart. Das ist für uns nicht passend. Allerdings, das Muster geht auch auf den Zeiten. Das liegt also nur an unseren Bedingungen, die wir jetzt als Insti-Händler haben, dass wir auf 5-Minuten-Basis diese Geschichten nicht sinnvoll umsetzen können, wollen, dürfen, wie auch immer. Aber als privater Händler finde ich dieses Szenario eigentlich nicht unpassend. Deshalb beobachtet das Ganze mal, ob ihr das nachvollziehen könnt. Gehen wir auf den S&P 500 und dann seht ihr, das ist nahezu das Gleiche hier im 5-Minuten-Chart. Auch hier die starke Abwärtsbewegung. Allerdings seht ihr, dass der nicht so schön symmetrisch hier hochgegangen ist. Der Trigger wäre jetzt diese Tiefmarke. Und ihr wisst, ich mag das nicht so gerne, wenn die ähnlich tief sind. Das heißt, ja, so ähnlich ist es. Deshalb der Haken, positiv, aber es ist nur so ähnlich. Den würde ich jetzt nicht umsetzen. Wenn ich zwischen diesen beiden wählen kann, das kann ich ja in der Regel, würde ich ganz klar den anderen nehmen. Denn der andere, also der Nasdaq, denn der hat eben diese bessere Symmetrie. Das gefällt mir deutlich besser als hier. Kann das hier noch besser werden? Ja, klar. Stellt euch vor, der macht jetzt gleich hier irgendwie noch sowas. Vielleicht sogar überlappungsfrei. Macht nochmal zwischendurch irgendwie sowas hier. Irgendwie den ersten Teil. Vielleicht nicht ganz so hoch, wie ich es jetzt hier gezeichnet habe. Ein bisschen kleiner hier oder so. Dann hättet ihr die Chance, an der Stelle später dann den Short zu machen. Denkt immer dran. Wenn es korrektiv ist, sollte es überlappungsmäßig oder dreiwellig unterwegs sein. Das ist, so wie ich es jetzt hier gezeichnet habe, als eine Variante. Hier vorne überlappungsfrei. Deshalb gibt das hier keine Trigger auf der Marke. Überlappung wäre auch gegeben, wenn es irgendwie so aussieht. Können wir auch nochmal schnell den Begriff Überlappung klären. Das ist eine Aufwärtsbewegung. Die Gegenbewegung, das ist eine Gegenbewegung. Das ist eine Gegenbewegung. Das ist eine, die überschneiden sich. Der ist tiefer als das vorherige hoch. Der ist tiefer als das vorherige hoch. Das heißt, hier gibt es Kursüberschneidungen regelmäßig. Das wäre dann korrektiv und würde mich auf dem letzten Zwischentief hier ebenfalls in den Einstieg für die Shortseite dann bringen. Also ihr seht, der braucht ein bisschen noch eine andere Bedingung. Weil was wir hier bisher hatten, das gefällt mir noch nicht so. Das war beim Nasdaq super. Hier gefällt es mir allerdings nicht so gut. Naja, gucken wir es uns an. Der Dow Jones, ihr erahnt es. Naja, der ist jetzt auch nicht großartig anders. Hier haben wir tatsächlich nach diesem Zwischenhoch hier das ein bisschen anders als beim S&P. Also hier vorne ging es schon relativ steil runter. Hier dann das Gewackel. Allerdings muss man dazu sagen, hier vorne sah das recht korrektiv aus mit den internen Bewegungen. Lassen wir das im Moment mal so im Raum stehen. Mindestens der Teil ist nicht korrektiv. Auch hier gilt A, B, C oder von mir aus mehrmals wackeln Böte hier entsprechende Short-Szenarien. Ja, ist das dann also gesichert, dass es nach unten geht? Na gut, die Zahlen mit dem sehr schlechten Filifed sind natürlich jetzt nicht so der Burner und haben den Markt erschreckt offensichtlich. Wobei es durchaus dadurch noch weiter runter gehen kann. Aber es gibt auch ein Long-Szenario. Und das ist relativ einfach erklärt. Nämlich, solange diese Aufwärtsbewegung eben nicht so aussieht, sondern solange die Aufwärtsbewegung, die hier jetzt kommt, stark aussieht, aber die Gegenseite schwach ist und hier triggert, dann bin ich natürlich definitiv nicht auf der Short-Seite unterwegs, denn dann ist die ja stark. Jetzt ist das, wenn das eine Linie ist, einfach. Aber wie ist es, wenn es nicht eine Linie ist, wenn das so ein bisschen hin und her eiert? Dann prüft bitte, ob ihr ähnlich große Rücksetzer hier und hier, die sind ähnlich groß, jetzt beispielsweise überlappungsfrei habt. Also ihr seht, die überschneiden sich nun gar nicht. Und dann die Gegenseite korrektiv oder von mir aus auch alternativ A, B, C. Dann wäre das der perfekte Trigger, um endlich wieder Long gehen zu können, was viele ja doch gerne noch machen würden, auch wenn nicht. Ich, ihr seht es hier an meiner Zeichnung, noch nicht so richtig glücklich bin, was die Long-Seite hier angeht. Aber was kommt es auf mich an? Die Marktteilnehmer müssen das entscheiden. Also es ist noch nicht Hopfen und Malz verloren oder wie sagt man das? Der Markt hat noch eine Chance für nach oben. Dann sollte er allerdings möglichst überlappungsfrei oder, wenn er schon überhaupt Überlappung macht, oder eben von mir aus mehr oder weniger so ähnlich wie hier in der Abwärtsbewegung ohne große Hin- und Her-Aktivitäten da unterwegs sein. Das fände ich ebenfalls in Ordnung. Korrekturen böten sich dann an für die Long-Seite. Und wer jetzt wieder sagt, super, er hat keine Ahnung, beides geht. Na ja, im Moment, an diesem Zeitpunkt, habe ich tatsächlich keine Ahnung. Aber wenn diese Bewegung sich weiterentwickelt und dann eben ein irgendwie so ähnliches Szenario zeigt, dann bin ich mir ziemlich klar, was ich mache. Nämlich die Zwischenhochs als Trigger nehmen und natürlich umgekehrt bekommen wir hier irgendwie sowas. Die Zwischentiefs für die Short-Seite. Im Moment beim Nasdaq am schönsten. Bei den anderen müssen wir noch mal gucken, ob das Bild da noch schick wird. Beim DAX ist es nicht groß anders. Der hatte ganz toll heute schon gestartet. Das ist ja eine ganz gute Nachricht aktuell. Dann musste er allerdings auch drunter leiden. Jetzt allerdings, nachdem die Börse dann endlich losgegangen ist, hat man offensichtlich den Mut ein bisschen wiedergefunden. Also hier sehe ich jetzt am wenigsten Short-Chancen. Dafür müsste es schon irgendwie so aussehen und hier triggern. Die Alternative wäre vorläufig noch, solange es hier Schub gibt und wackele ich runter. Na, dann gehen wir doch long. Wen interessiert denn der Feli-Fat-Index? Der interessiert mich und zwar morgen. Ihr denkt dran, am morgigen Abend voraussichtlich wird es das Interview geben mit Dr. Jörg Rahn. Und der wird über das, was er als Erfahrung mitbringt im Verwalten von mehreren Milliarden. Also kein kleiner Player, dementsprechend nicht so agil, wie wir kleineren es sein können und dementsprechend viel mehr auf die Zyklik aus und unter Beachtung bezahlen. Also eine Hommage an all diejenigen, die die fundamentalen Nachrichten ebenfalls sehr schätzen, das sich mal anzugucken. Wir wollen den Spagat schaffen, Chart-Technik und Fundamentales. Passt das überhaupt zusammen? Wie sieht die aktuelle Datenlage aus? Seid also gespannt auf das, was da kommt. In diesem Sinne euch jetzt erstmal alles Gute. Ganz liebe Grüße und bis zum nächsten Beitrag.